Servus, ein herzliches Grüß Gott und Hallo zusammen. Heute sind wir in der Leitenberger Werkstatt. Wir zeigen euch heute die universell einsetzbaren Druck- und Vakuum-Messgeräte für SCR-Systeme von Leitenberger. Herzlich willkommen auf dem Leitenberger Kanal. Mein Name ist Martin Lohmüller. Ich bin Vertriebsleiter Fachhandel Deutschland bei der Autotestgeräte Leitenberger GmbH. Mein heutiger Gast ist Michael Zahn, unser Produktmanager. Er zeigt uns heute, wie diese Druck- und Vakuum-Messgeräte eingesetzt werden. Hallo Michael. Hallo Martin. Michael, du wirst uns heute die Anwendung dieser SCR-Messgeräte live zeigen? Richtig, ganz genau. Ich zeige euch heute, wie man so ein Druck- und Vakuum-Gerät an das AdBlue-System eines Seat Alhambra anschließt. Ich bin schon sehr gespannt. Warum ist dieses Thema so wichtig? Ich habe hier mal ein Blockschaltbild eines SCR-Systems vorbereitet. Eigentlich ist das ganz einfach. Du hast einen SCR-Tank, eine SCR-Pumpe und ein Einspritzventil. Das habe ich dir auch eins mitgebracht. Die sehen so aus. Sind in jedem Abgastrakt verbaut. Und dieses Dosierventil sprüht je nach Lastsituation AdBlue in den Abgastrakt und reduziert damit die NOx-Werte im Abgas um nahezu 90 Prozent. Das klingt einleuchtend. Warum benötige ich dieses Messgerät? Nun, der Druck von SCR-Systemen, die in PKWs und leichten Nutzfahrzeugen eingesetzt werden, liegt etwa zwischen 4 und 6 Bar je nach Hersteller. Dieser Druck wird benötigt, um schnell genug für jede mögliche Fahrsituation die benötigte AdBlue-Menge abgeben zu können. Und als Merksatz kann man so grob sich merken, wird mehr Dieselkraftstoff verbraucht, wird auch mehr AdBlue verbraucht. Los geht's. Was passiert als nächstes? Martin, such dir mal eines der Geräte aus und das werden wir dann am Fahrzeug anschließen. Wir nehmen natürlich das digitale Gerät. So, jetzt bauen wir das Prüfgerät ein. Dazu entferne ich erstmal die Abdeckung. Dann schauen wir mal nach der Leitung. Die ist hier und hier oben ist das SCR-Ventil. Da muss man die Leitung abnehmen und kann dann das Prüfgerät dazwischen schließen und einschalten. Der gemessene Druck am System war in Ordnung. Michael, du hast vorhin von einem Druck- und Vakuummessgerät gesprochen. Die Druckmessung haben wir schon erfolgreich durchgeführt. Wann messen wir das Vakuum? Gut aufgepasst und ein wichtiger Punkt. Man muss wissen, AdBlue friert bei circa minus 11 Grad ein. Und der AdBlue führende Schlauch und das Dosierventil könnten durch gefrorenes AdBlue beschädigt werden. Deswegen schauen wir jetzt mal, was passiert, wenn man das SCR-System abstellt. Was ist jetzt passiert? Beim Abschaltvorgang des SCR-Systems wird die Pumpe kurz reversiert. Das heißt, sie saugt den Zulauf und das Dosierventil fast komplett leer. Jetzt kann es auch richtig kalt werden, ohne dass der Zulaufschlauch oder das Dosierventil beschädigt werden können. Fazit also. Die letzte Messung, also die Vakuummessung, ist mindestens genauso wichtig wie die Druckprüfung an sich. Denn wird kein Vakuum aufgebaut, muss man auch auf Fehlersuche gehen. Und dann wieder zurückbauen, wie es war. Das ist doch etwas umfangreicher als gedacht. Michael, die Größe und elektrische Anschluss des SCR-Dosierventils kommen mir sehr bekannt vor. Die sind sehr ähnlich zu denen eines Direkteinspritzerdüsen aus Otter-Motoren. Da hast du recht, Martin. Gutes Auge, genau so ist es. Also in den Direkteinspritzerdüsen, die verwendete Technologie ist je nach Hersteller ähnlich oder sogar teilweise identisch. Jetzt haben wir gesehen, welche Prüfungen ich an so einem SCR-System durchführen kann. Jetzt erzähle uns doch mal, was ich damit nicht tun sollte. Na ja, du erinnerst dich an die AdBlue-Matte. Sehr gut. Und die Kristalle, die da übrig geblieben sind vom AdBlue, nachdem der Wasseranteil verdampft ist, die können die Messleitungen zum Beispiel unseren Prüfgeräten verstopfen. Und deswegen ist es wichtig, nach jeder Anwendung die Messleitungen mit warmem, sauberem Wasser zu spülen und zu reinigen, weil das die Kristalle wieder auflöst und die Leitungen entsprechend durchgängig bleiben. Ich habe noch eine letzte Frage. Wenn ich eine Druckanzeige für einen Kraftstoffdruck habe, könnte ich dieses Messgerät auch zur SCR-Messung verwenden? Theoretisch ja. Das ist ein guter Punkt. Aber in SCR-Systeme dürfen keinerlei Kraftstoffe kommen, weder Otto noch Dieselkraftstoff. Deswegen ist ein separates Messgerät ausschließlich für SCR-Systeme in jeder Werkstatt wichtig. Und einen Schmankerl hätte ich noch für dich. Eine kleine Anwendungserprobung kann ich dir noch zeigen. Ein Testgerät, bei dem man die Düse direkt betreiben kann, im ausgebauten Zustand. Interessiert es dich? Gerne, ja. Also Martin, das ist das versprochene Schmankerl, unser Prüfaufbau für die ausgebaute AdBlue-Düse. Wir können im ausgebauten Zustand mit dem Ansteuergerät und 12 Volt die AdBlue-Düse spritzen lassen und prüfen. Wir arbeiten mit ungefähr 5 Bar Druck und können sowohl Einzelschotts als auch Daueransteuerung der Düse hier simulieren. Michael, besten Dank für deine sehr interessante Vorführung. Jederzeit wieder, kein Problem. Ach, und was Wichtiges habe ich natürlich noch vergessen, fast vergessen. Auch dieses Gerät wurde von uns in Deutschland entwickelt und gefertigt. Alles natürlich mit Prüfsiegel Made in Germany. Freunde, das war's für heute. Mal wieder tolle Messgeräte aus dem Hause Leitenberger. Sie können uns gerne jederzeit virtuell auf unserer Homepage besuchen. Das Leitenberger Team und ich wünschen euch eine gute und erfolgreiche Arbeitswoche. Und wie immer, auch bei SCR-Systemen stets einen hohen Wirkungsgrad anstreben. Macht's gut und bis bald, wenn es wieder heißt, Neues von Leitenberger. Servus!